Scam und Spam-E-Mails kennt jeder, kriegt jeder mit Sicherheit sehr viele pro Woche Dutzende. Es gibt viele, die kriegen ein Dutzend oder zwei Dutzend am Tag. Und während Spam-E-Mails eigentlich nur ein Ärgernis sind, das ist meistens nur Werbung, sind Scam-E-Mails richtig gefährlich. Die stehlen Daten, die bedrohen die Daten des Nutzers, die bedrohen den Nutzer selber, die greifen Passwörter ab, die jubeln da irgendwelche Software unter, irgendwelche Verschlüsselungssoftware, kann man aber auch relativ leicht erkennen, wie das funktioniert und was da so alles ankommt, das zeige ich mal in diesem Video. Das ist so eine typische Scam-E-Mail, wie die verschickt wird. Hier wird irgendwas von einem Paket erzählt, da ist ein schönes Bild, da ist ein Lieferauto drauf und da soll man natürlich irgendwo draufklicken hier, dass man eben ein Paket bekommt. Und wenn man sich das Ganze mal aber genauer anschaut, dann macht das hier keinen Sinn, dann ist es wirklich eine Scam-E-Mail. Hier unten wird man umgeleitet auf den Server ravikana.com, wenn man hier draufklickt. Man sieht auch hier schon im Absender, irgendwas stimmt da nicht, das ist kein DAL oder sonstiger seriöser Paketversender, sondern das ist eine reine Scam-E-Mail. Das Erste, was da natürlich schon mal auffällt, ist, dass es komplett auf Englisch geschrieben ist, das ist ja ziemlich unüblich, also diese E-Mails, die kommen ja immer in Deutsch, auch in fehlerfreiem Deutsch. Und ich habe hier den Thunderbird und da habe ich hier oben die Kopfzeile eingeblendet, das kann ich auch nur empfehlen, das zu machen, weil dann sieht man gleich wichtige Informationen zu der E-Mail. Wenn man jetzt erst mal nur den Inhalt der E-Mail sieht, dann fällt es einem wahrscheinlich gar nicht mal so direkt ins Auge. Ist also immer sinnvoll, wenn man sein E-Mail-Programm so einstellt, dass man diese Kopfzeile, das heißt Absender, Datum, Nachrichten-ID und so weiter, direkt hier zusammen mit dem Inhalt der E-Mail sieht. Da fällt hier oben schon auf, dass es mit dem Server nicht so ganz stimmen kann. Der Absender, das ist irgendein Server, den kann man auch gleich mal im Internet nachschlagen, das ist sehr praktisch. Und wenn ich hier die Maus drüber bewege, dann kriege ich das hier unten eingeblendet. Also bevor man da irgendwo auf irgendwelche Knöpfe drückt, einfach mal gucken, wo geht die Reise hin, wo wird man da umgeleitet. Der Absender-Server, der E-Mail, der war ja ravikana.com und das kann man auch überprüfen. Das ist die Webseite virustotal.com, gehört ja zu Google, da kann man Dateien hochladen und auch Trojaner und Viren prüfen. Aber man kann da auch Webadressen prüfen, hier zum Beispiel https und so weiter, ravikana.com habe ich eingegeben. Habe das mal überprüfen lassen, das ist das Ergebnis. Und da sieht man, die wurde als bösartig eingestuft von verschiedenen Virenscannern, hier zum Beispiel von Avira. Aber Achtung, hier sind sehr viele Virenscanner, die diese Seite als okay einstufen, als clean. Aber da reicht es schon, wenn einer sagt, okay, diese Webseite, die ist böse und dann sollte man da auf keinen Fall draufklicken. In der Kopfzeile von der E-Mail, da steht auch immer die Absenderadresse, also der Server, von dem diese E-Mail kam. Und bei Thunderbird sieht das Ganze so aus, da scrollt man ein bisschen nach unten und kriegt das hier dann angezeigt bei Received. Und da nehme ich die erste IP-Adresse raus, die ich hier finde, in dem Fall die 209-126-71-237. Alles andere, was hier hinterkommt, das ist dann irrelevant. Wichtig ist eben die erste IP, von dem ist eben tatsächlich diese E-Mail an euren Internetprovider geschickt worden, von dem ihr die E-Mail abgeholt habt. Über einen IP-Tracker kann man sich im Internet ganz einfach anzeigen lassen, woher diese E-Mail kam, wo der Server stand, von dem diese E-Mail verschickt wurde. Das ist natürlich schon mal ein prima Anhaltspunkt. Hier zum Beispiel auf der Seite iptracker.org gibt es natürlich jede Menge andere. Also wenn ihr einen besseren IP-Tracker habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Da habe ich jetzt hier diese IP-Adresse von dem Server eingetippt und der Server selber, der steht hier in Warschau. Dann kann man sich das Ganze hier auch noch mal auf der Karte angucken. Da kam diese E-Mail also her, also da kann ich mal ganz stark vermuten, dass das keine seriöse E-Mail ist. Also die kann man löschen. Das ist eine Scam-E-Mail, auch ein absoluter Klassiker. Das sind E-Mails von irgendwelchen Banken, die fake sind, die gefälscht sind. Das ist eine Scam-E-Mail von der Targobank. Also die kommt nicht von der Targobank, auch wenn das hier so behauptet wird. Wenn ich mir den Absender angucke, da kann ich ja eintragen, was ich will. Und hier unten, da sieht man das schon ein bisschen besser. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, da wird bei Thunderbird hier unten das eingeblendet. Da geht es hier auf diesen Server, SOS, SAD und so weiter und so fort. Vielleicht ein gekaperter Server irgendwo, der irgendwo gehackt wurde. Und wenn man die E-Mail sich als solches mal anschaut, da sieht die eigentlich ganz gut aus. Die ist auch ziemlich fehlerfrei. Ganz wichtig, wie man auch bei dieser E-Mail eben sieht, hier oben immer eben den Kopf einblenden lassen. Und hier unten immer mal gucken, wo geht es hin, wenn man irgendwo draufklickt. Und diese E-Mail, die ist aber Scam, die ist gefälscht. Wenn ihr eine E-Mail bekommt von irgendeiner Bank, wo aufgefordert wird, sich einzuloggen, ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn man da kein Kunde ist, dann kann man das leicht identifizieren als Scam. Aber wenn man da Kunde ist, da ist man geneigt, aus Versehen mal schnell drauf zu klicken. Einfach vorher mal googeln, einfach mal die Bank googeln und dann Spam oder Scam E-Mail eingeben. Hier zum Beispiel, das ist die offizielle Seite der Targo Bank, habe ich mal ergoogelt. So erkennen sie Betrugsversuche und da sieht man dann, was hier für Scam E-Mails verschickt werden von irgendwelchen Kriminellen, dass man eben seine Daten prüfen soll. Also wenn ihr so eine E-Mail bekommt, auf keinen Fall anklicken. Die wollen eure Zugangsdaten, die wollen euer Geld. Der absolute Klassiker, E-Mails von McAfee oder von Symantec oder von anderen Herstellern von Sicherheitssoftware, Antivirensoftware. Da soll man irgendwas scannen, da soll man irgendwas kaufen. Da gibt es zwei verschiedene. Hier bei dieser E-Mail soll man seinen Rechner scannen, kann man hier draufklicken, auf jetzt scan starten. Das Ganze sieht ja schon mal sehr gut aus, sehr professionell gemacht, ist aber auch fake. Wenn man hier draufklicken würde, würde man hier weitergeleitet werden an jubelgolfandcountryclub.com. Da braucht man sich gar nicht mehr die Mühe machen und diese Adresse hier rauszusuchen im Netz bei VirusTotal oder sonst wo. Das ist eine Fake E-Mail, hier oben sieht man auch schon an der Absenderangabe. Nicht gut gemacht hier, das ist irgendwas mit .fi am Ende, irgendwie Finnland. Da sieht man schon oben am Header und auch an der verlinkten Adresse hier unten. Das ist keine echte E-Mail von McAfee, sondern da möchte jemand, irgendwelche Kriminellen, dass ihr irgendeine Seite besucht. Da wird dann irgendwelche Malware auf dem Rechner installiert, auf dem Handy installiert. Auf keinen Fall anklicken, E-Mail, einfach löschen. Da sieht man eben auch, wie wichtig es ist, dass man den Header sich oben immer einblenden lässt. Weil wenn man nur diese E-Mail hier sieht, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Das ist der untere Teil der E-Mail. Gibt es auch wieder so ein Button Scannen, jetzt starten und da ist es auch erklärt. In fehlerfreiem Deutsch, überhaupt nicht auffällig vom Text her, nur auffällig hier unten von der Zieladresse her. Und es gibt noch einen zweiten Scam. Da soll man dann eben was kaufen bei Antivirus-Herstellern. Da kriegt man tatsächlich dann auch eine Lizenz zugeschickt, aber eben zum vielfachen Preis. Da wollen die dann 150, 200 US-Dollar oder Euro haben für irgendeine Lizenz. Und wenn man dann natürlich Kunde ist, dann ist man geneigt, das zu glauben und kauft es eventuell, weil man denkt, okay, das ist mein echter Anbieter der Antiviren-Software. Ein gehacktes Amazon-Konto, das kann man wirklich nicht gebrauchen. Und da sollte man wirklich auf Nummer sicher gehen, auch mit zwei Faktoren und solche E-Mails hier nicht beantworten. Einfach löschen. Das ist eine Scam-E-Mail, die kommt natürlich nicht von Amazon. Hier wird es aber vorgegeben. Und hier steht dann, dass man bis zum 5. Mai 2024 eben seine Membership bestätigen soll. Sieht man schon auf Englisch. Das kann nicht so ganz stimmen in Deutschland. Hier oben auch der Absender, der ist ja wirklich ganz mysteriös, ganz merkwürdig. Und wenn ich hier draufklicken würde, würde ich weitergeleitet zu docs.google.com, Drawings und so weiter. Und dann gibt es hier eine Datei Preview. Und da wird wahrscheinlich ein HTML-Code runtergeladen, der irgendwas auf dem Rechner macht, der irgendwelche Daten abgreift. Oder man soll da eben seine Daten eintippen. Dann sind die in der Hand von Kriminellen. Also diese E-Mail ist nicht echt Amazon. Das ist Scam. Einfach löschen. Das ist die offizielle Webseite von Amazon. Und auf dieser Seite wird eben erklärt, wie man eben verdächtige E-Mails erkennen kann. Phishing und Spoofing. Woher weiß ich, ob eine E-Mail tatsächlich von Amazon stammt. Das wird hier ganz genau aufgelistet. Einfach mal durchlesen. Hier unten kann man auch irgendeine verdächtige E-Mail melden. Kann man hier draufklicken. Und das ist auch eine echte Amazon-Seite. Probiert es einfach mal aus. Also wenn ihr eine merkwürdige E-Mail bekommen habt, einfach mal diese E-Mail googeln. Scam-E-Mails von der Postbank. Postbank ist natürlich nicht echt. Ist nicht von der Postbank, sondern von irgendeinem Kriminellen, der eure Zugangsdaten haben möchte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so eine E-Mail bekommen habt. Wenn man natürlich Postbankkunde ist, dann ist man leicht geneigt, da irgendwie drauf zu klicken. Gerade eben, wenn es schnell gehen muss. Und hier soll man irgendwas bestätigen. Der absolute Klassiker. Sonst wird irgendwas blockiert. Hier unten wird mit einer Bearbeitungsgebühr von 22,95 gedroht. Aber wenn man sich eben den Header hier anguckt, wenn man den eingeschaltet hat, in dem E-Mail-Programm sieht man schon, der Absender ist hier Villa4.de. Also das ist definitiv schon mal nicht echt die Postbank hier unten. Der Link geht auch dahin, Villa4.de. Also das ist eine Scam-E-Mail. Die ist definitiv nicht echt. Das ist die echte Seite der Postbank. Und da wird erklärt, wie man gefälschte E-Mails erkennen kann. Und ich scrolle mal nach unten. Geben Sie keine persönlichen Daten im Internet weiter. Ist natürlich ganz klar. Hier gibt es noch verschiedene Tipps und was man da machen kann, wenn man reingefallen ist. Ganz wichtig ist immer, wenn man so eine E-Mail bekommt, dass man die sich einfach mal anguckt. Einfach mal eine Minute anguckt oder sowas. Nicht gleich irgendwo draufklicken. Nichts runterladen. Und auf jeden Fall nicht den Anweisungen folgen, die in solchen Scam-E-Mails drinstehen. Sowas ähnliches gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Hier zum Beispiel von der Telekom. Da ist eine E-Mail, die kommt von telekom.de. Zumindest so ist es oben eingetragen. Und da soll man seine E-Mail-Adresse bestätigen, verifizieren. Das ist natürlich merkwürdig. Der Empfänger hier, der ist überhaupt kein Kunde von der Telekom. Vielleicht in der Vergangenheit. Man weiß es nicht. Aber diese E-Mail, die wird weitergeleitet an den Server telekom-dienste.de. Und kann durchaus sein, dass es eine echte E-Mail ist. Also diese E-Mail wird momentan massenhaft verschickt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Telekom-E-Mail haltet. Ist die echt? Ist die wirklich von der Telekom? Kann ja durchaus sein. Aber wenn man keinen Grund hat, seine E-Mail-Adresse zu bestätigen, da kein Kunde ist, dann klickt man natürlich da auch nicht drauf, selbst wenn es echt ist. Sehr geehrter Kunde, Ihr Google-Speicher ist voll. Steht hier. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Und hier soll man draufklicken auf diesen Knopf in der E-Mail. Und da kommt man hier zu dennisbarin.com. Das hat natürlich mit Google jetzt gar nichts zu tun. Ist aber auch ganz wichtig, dass man eben hier die Kopfzeile sich einblenden lässt und vorher schaut, wo geht es hier hin. Also was wird da angezeigt, wenn ich mit der Maus über diesen Knopf gehe? Eben hier unten das, was da steht. Und was man auch sieht hier, sichern Sie sich heute noch Ihren kostenlosen Lagerplatz. Ist natürlich auch Quatsch. Also das ist schlecht einfach übersetzt. Das ist keine offizielle E-Mail von Google. Einfach löschen. Das ist eine Scam-E-Mail. Auch hier wieder so ein klassischer E-Mail von der Bank. Ist natürlich keine echte E-Mail von der Consors-Bank, sondern das ist eine Scam-E-Mail von irgendwelchen Kriminellen. Und sieht man auch hier schon direkt, wenn man hier oben schaut, der Absender. Das hier ist irgendwas mit edu.vn. Das kann natürlich auch gefälscht sein. Das kann gehackt sein, diese Server. Aber wenn man hier irgendwo draufklickt, da landet man unten bei der Consors-Bank. Also statt einem A an E reingeschrieben. Das ist natürlich auch mal ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass es Scam ist. Wenn man eben auch das, wie gesagt, nicht eingeschaltet hat, hier oben die Kopfzeile. Und das hier unten auch deaktiviert hat in dem E-Mail-Endprogramm. Dann ist es so, dass das erst mal gar nicht mal so unseriös aussieht. Aber diese E-Mail, die ist natürlich auch Fake. Hier wieder Virus-Total. Hier oben ist die Adresse. Könnt ihr dann eintippen und könnt dann auch wieder andere URLs überprüfen. Habe ich mal eingetippt, Consors-Bank.com. Genauso wie es in der E-Mail stand. Dann wird das hier gescannt. Und interessanterweise steht hier, dass hier keine Sicherheitsprobleme gefunden wurden. Aber einige melden hier dann Spam. Und wenn das hier steht, auf jeden Fall die Finger weg und diese Adresse nicht aufrufen und noch nicht besuchen. Auch so eine typische Scam-E-Mail. Hier mal eben mit einem Anhang, wo irgendein Trojaner oder ein Virus drin ist. Und wenn man sich die E-Mail anguckt, die kommt hier von info-at-creator-san.gr. Scheinbar aus Griechenland. Hier geht es aber auf Deutsch weiter. Guten Morgen, bitte teilen Sie uns Ihre besten Preise für unsere beigefügte Preisliste mit. Und da soll man hier unten anklicken, installieren, runterladen, ausführen. Und das ist Punkt IMG. IMG ist kein Bild, kein Image, sondern das ist ein Abbild. Das kann natürlich ein Abbild sein, so eine Art ISO, was eben eingebunden wird, wo dann irgendeine Software drin ist, die man eben anklickt, versehentlich zum Beispiel. Und dann wird irgendein Skript ausgeführt. Auf keinen Fall sowas aufrufen. Also alle E-Mails mit IMG im Anhang einfach löschen. Auf diesen Inhalt der E-Mail kann man sich gar nicht verlassen. Hier war der Absender zu sehen, eben mit Straße, mit Adresse und Telefonnummer. Und das hat auch alles gestimmt. Den gab es tatsächlich. Das war eine Metallbaufirma. Aber da kann natürlich der Betrüger, der Scammer, irgendwas reinschreiben. Das ist da ganz egal. Und das hat natürlich nicht gepasst hier oben mit dem Server in Griechenland zusammen. Und auch hier dieser Server oben, der kann gehackt sein. Da kann auch der Absender, der Scammer, irgendwas reinschreiben. Der will eben nur, dass man hier unten diesen Anhang öffnet. Einfach löschen, auf keinen Fall irgendwas anklicken. Wenn ihr eine Webseite habt oder irgendeine Domain registriert habt, dann kann es sein, dass ihr gerne solche E-Mails bekommt. Die sind dann in Englisch geschrieben. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das ist da schon so ein bisschen glaubhaft. Und hier sieht man aber schon, der Absender ist jetzt nicht so ganz glaubhaft. Und das Ganze ist auch so ein bisschen merkwürdig. Wird auch wieder mit gedroht, dass irgendwas eingestellt wird. Also da wird eben der Leser, der Nutzer, der Betroffene unter Druck gesetzt. Und hier ist jede Menge Blabla drin. Auch oft wird hier dann eben die Domain noch angegeben. Das macht das Ganze ein bisschen glaubhafter. Hier wieder auch der berühmte Button. Und wo der hinführt, das steht hier unten. NS-Key-Register.hk, also eine Domain in Hongkong. Und da ist hier irgendwas hinten dran. Da soll man eng eine Zahlung leisten. Das muss auch gar nicht so besonders viel sein. Das können vielleicht 50 Dollar sein, 100 Dollar oder ähnliches. Aber das ist natürlich keine offizielle E-Mail. Wenn ihr wissen wollt, wo ist eine Domain registriert, was ist es, was hat es mit der auf sich, kann man die auch bei whois.com einfach mal eintippen. Habe ich eingetippt hier, nskey-register.hk, whois.com. Hier oben findet ihr dann die Internetadresse. Und da kriegt man dann Auskunft, wer eben diese Domain registriert hat, wann und wie die Kontaktdaten sind. Dann scrolle ich hier mal nach unten und da sieht man das dann. Da sieht man eine E-Mail-Adresse, rohosa.com. Und hier, das Ganze ist in Thailand. Also wirklich alles sehr unstimmig. Also das ist definitiv eine Scam-E-Mail. Bitcoins werden auch gerne gestohlen. Wer ein Bitcoin-Wallet hat, der sollte eben aufpassen, wo er da draufklickt, wenn er eine E-Mail bekommt. Hier ist eine Scam-E-Mail gekommen von nicolinux.de. Das kann aber auch gefälscht sein hier oben. Wie gesagt, kann sein, dass derjenige damit gar nichts zu tun hat. Das ist ja einfach nur frei eingetragen. Hier steht dann eben, dass man auch wieder seine Daten aktualisieren und verifizieren soll. Und dann kann man hier dann entsprechend draufklicken. Und was direkt schon mal auffällt, hier oben habe ich was auf Deutsch. Und hier unten, da geht es dann auf Englisch weiter. Hier wird dann irgendwie von Carrie Fisher geredet und Star Wars und irgendwelchen anderen Filmen. Da hat irgendjemand zu dieser Scam-E-Mail noch ein bisschen Text irgendwo her kopiert von irgendeiner Webseite, von irgendeiner Film-Webseite. Warum hat derjenige das gemacht? Ganz einfach, um irgendwelche Filter eben zu täuschen. Die Filter, die sich diese E-Mail eben vorher durchlesen, bevor die bei euch angezeigt werden. Die sehen dann hier unten, da geht es um Filme oder so. Und dann hofft der Absender, dass sowas eben durch einen Spam-Filter durchgeht. Wie man sieht, brauchst du da gar nicht besonders viel, um so eine Scam-E-Mail zu erkennen. Damit man da nicht reinfällt, auf jeden Fall wirklich mal fünf Minuten sich die E-Mail angucken. Mal einfach drüber nachdenken, mal was anderes machen und dann die E-Mail sich nochmal anschauen. Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen, nicht verleiten lassen, sofort irgendwo drauf zu klicken aus irgendeiner panischen Reaktion. Und ganz wichtig, blendet euch den Header ein von der E-Mail. Da steht eben wirklich die Wahrheit sozusagen drin. Wer ist der Absender? Wo ist der Server? Man kann eben diese IP googeln, das geht. Man kann eben diese IP über einen Tracker sich anzeigen lassen. Also wenn man eine E-Mail bekommt in Deutsch und das wurde irgendwo in Osteuropa verschickt, kommt aus Afrika, Südamerika. Da kann da irgendwas einfach nicht stimmen. Einfach mal auf die Webseite gehen von eben seinem Anbieter, von der Bank. Und mal gucken, was sind da momentan für E-Mails im Umlauf, bevor man da irgendwo draufklickt. Und ganz wichtig, am besten gar nicht irgendwo auf Links klicken, die in E-Mails drin sind, sondern in einem Browser oben die Adresse selber eingeben. Von seiner Bank, von Google, von Amazon. Also diese Links, die in diesen ganzen E-Mails drinstehen, die sind eigentlich zu 99% falsch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Scam-E-Mails bekommt, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Habt ihr da mal draufgeklickt? Habt ihr da einen Schaden von gehabt? Ist mit Sicherheit auch für andere Zuschauer interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Besucht mal die Seite Tooltime.de und die Seite Tooltime.pedia. Das ist die Seite Tooltime.de. Da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert. Und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite Tooltime.pedia. Das ist diese hier. Tooltime.pedia ist ein Hardware- und Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.